Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 10.09.2021 und unser DAX lässt so langsam ein bisschen den Kopf im Sand stecken. Der hat sich noch ein bisschen auf die Bretter gelegt, der hat einen schönen entspannten Strandtag heute gemacht, definitiv, aber der Kopf steckt im Sand, das muss man so klar sagen. Also von der ersten Minute an, der wollte unseren Trigger unten nicht anspielen, der hat sich eigentlich von Beginn an halt, der war unten auf der 460 und ich habe schon bei mir im Verteiler, so eine lange Mail habe ich geschrieben, um die Leute gut vorzubereiten, was passiert, wenn der unter 460 dann noch droppt und dort eben nicht nach oben hochzieht. Und dann, ja, von dort einfach nur grüne Karte, der hat eigentlich nur verteidigt von dort halt, ne, der ist konstant nach oben bis in den 700er Bereich nochmal und hat sich dann dort weggetreten, eine schöne rote Stundenkerze. Also wirklich, auch die, also wir hatten dann genau auf die Minute, da hat man auch ein Update drum geschickt, dass die erste richtige rote Stundenkerze dann auch war und die hat dann auch noch ein bisschen zurücktreiben können und dafür gesorgt, dass wir einen tieferen Tagesschluss bekommen haben als am Vortag. Das ist nicht ganz unwichtig jetzt, weil der Tagesschluss ist auch aus dem Channel jetzt hier raus. Das ist schon wichtig so und wir stecken jetzt, wir haben jetzt Wochen, Wochenfinale, das wird langsam heiß jetzt hier im DAX halt, ne. Also wir haben jetzt, die Woche geht jetzt morgen zu Ende und dann geht schon eine große Verfallswoche los, ne. DAX, DAX-Verfall am großer Hexensabbat am 17.9. und dann Umstellung von DAX 30 auf DAX 40 am 20., also übers Wochenende, dann die Woche danach die Wahl. Also da ist jetzt schon gut Feuer drin halt, ne. Also das sind, das sind spannende Tage, die hier bevorstehen. Vielleicht nochmal zum DAX 30, 40 Umstellung. Wir haben das schon mal vor ein paar Tagen angesprochen oder ich hab das schon mal angesprochen. Es gehen nach wie vor unheimlich viele Privatanleger davon aus, dass der DAX dadurch steigt. Die können sich das nicht vorstellen und ich werde auch immer wieder gefragt, aber sag mal Martin, wenn jetzt 10 neue Werte reinkommen, dann muss doch der DAX springen. Kann ich da nicht vielleicht eine Knockout-Long handeln oder kann ich da nicht noch, sollte ich da jetzt noch irgendwie was kaufen? Die, die, ich weiß gar nicht, wie ich das auch anders erklären soll, wie beim letzten Mal, aber der DAX berechnet sich aus der Gewichtung der 30 Titel, die bei ihm drin sind. Ja, wenn jetzt ein Titel 10% Gewichtung hat, dann ist er mit seinem kompletten Volumen, sagen wir mal, der Wert besteht aus einer Million Euro und der gewichtet zu 10% die Veränderung im DAX. Dann ist es ein Zehntel, was diese Aktie vom gesamten DAX ausmacht. Wenn diese eine Aktie jetzt aber 100 Punkte fällt, hat das kein Null-Kontext zum DAX. Wichtig ist, wie viel Prozent fällt sie. Wenn sie nämlich jetzt ein Zehntel vom DAX ausmacht und sie fällt ein Zehntel, 10%, dann sind es 10% von 10% und das ist die Auswirkung, die es auf den DAX hat. Das heißt, wenn eine Aktie, die im DAX 10% wichtet, 10% fällt, bewegt sich der DAX 1% nach unten. Und so errechnet er sich aus der Gewichtung, dem Prozentsatz, der Marktkapitalisierung untereinander. Wer mehr Marktkapitalisierung hat, hat mehr Gewicht im DAX. Fällt die Marktkapitalisierung des Wertes, zum Beispiel Bayer war ganz lange führende Aktie im DAX, die hat die höchste Marktkapitalisierung gehabt im DAX. Ja, dann ist sie halt monatelang nur gefallen und dann sind andere nachgerückt. SAP. Ja, SAP wird auch irgendwann wieder abgelöst werden. Vielleicht von der Linde sogar. Ja, aber das ist ein Kommen und Gehen von den Aktien mit der meisten Marktkapitalisierung und DAX. So, und wenn jetzt neue Aktien hinzukommen, heißt das nur, dass sich das Gewicht der Einzelnen darin verändert. Das heißt, eine SAP wichtet dann vielleicht nicht mehr, ich weiß jetzt nicht, wie viel es Stand heute sind. Wir sagen mal, es sind Stand heute 15. Die Zahl stimmt nicht. Nur, um es zu verstehen. Wir sagen, es wären jetzt fiktiv heute 15%, die es im DAX ausmacht. Das stimmt nicht. Es sind keine 15%, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber wir nehmen an, es sind 15 und jetzt kommen neue Werte hinzu und dann fällt die Gewichtung einer SAP. Das heißt, man hat dann nicht mehr Auswirkungen von 15%, sondern vielleicht nur noch von 14, 13 oder 12% auf den DAX. Weil hier unten neue Marktkapitalisierung nachkommt. Das ist das, was sich ändert. Ja, das zwingt natürlich auch Indexfonds zum Beispiel, Werte wie in der SAP, Allianz und so weiter abzubauen, auszudünnen und die anderen reinzunehmen, reinzukaufen. Wenn sie den Index abbilden wollen. Ja, und das kann durchaus, das haben wir ja vor ein paar Tagen mal gesagt, deswegen wäre es durchaus logisch, wenn dieser DAX aus den 30 Werten, die ja später eine kleinere Gewichtung haben, vorher etwas abgibt. Ja, weil das Geld ja in die anderen reinfließt. So, in dem Moment, wo er dann aber geteilt wird, ne, am 20. Verändert sich nichts nochmal. Ne, weil wenn in dem Moment, wo die reinkommen, verändert das das Kursverhältnis nicht. Zu dem Stichtag, wo die reinkommen, verändert sich die Gewichtung dann wieder. Ja, also das dahingehend einfach zu verstehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass unser DAX nicht einfach auf 18.000 Punkte springt, wenn 10 neue Werte reinkommen. Und das ist momentan in ganz vielen Köpfen nicht klar. Kriege ich jeden Tag Anfragen jetzt zu, ne. Wie man das handeln kann, wenn da jetzt Werte reinkommen. Was man für Long-Produkte da handeln kann. Weil wenn jetzt 10 Werte reinkommen, dann würde er ja ganz toll steigen. Wirklich ganz, ganz, ganz viele, die das glauben. Die, 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 die so denken und das nicht greifen können mit dieser Gewichtung halt, ne. Und das wird, das wird auch noch interessant. Also von daher, wir haben schon ein bisschen Sachen drin, die einfach dafür sorgen, dass Bewegung kommt, ne. Dass Leute kaufen, verkaufen, Gewichtung reinbringen. Jetzt gucken wir aber nochmal ganz genau, was hier los ist. Der DAX, der sollte, ähm, auf jeden Fall von hier eine Möglichkeit haben, hochzutreten. Wenn er direkt von Anfang an hochtreibt. So haben wir es gesagt, wir wollen ihn nicht unter 600 sehen. Unter 600 sollte Chance haben auf 5,50, 5,10, 4,60 und bis sogar 3,50. Wir sind so tief gestartet, dass wir unten auf die 4,60 schon gelegt wurden. Und dann hat er sich direkt unmittelbar dort stabilisiert. Er hat so eine schöne, fette, grüne 5, M5 reingehauen, ne, die dann auch noch zu grünen Stundenkerzen wurde. Dass hier unten erstmal schicht im Schacht war. Ja, und dann hat er sich erholt und erholt und erholt und erholt. Hat auch das Gap geschlossen, ist drüber gelaufen. Und hat hier oben noch knapp die 700 erreicht. Fand ich ein bisschen, äh, irreführend, könnte man fast sogar sagen. Ne, also ganz so hoch hätte er nicht gemusst. Wir hatten ein bisschen abgepeilt auf die 6,45 zum Beispiel, ne, dass er da kurz rein sticht. Oder halt die 7,30 ganz schnell zur, äh, zur EZB, äh, Pressekonferenz und dann direkt wieder runter. Das hätte auch gut gepasst. So die 700 habe ich, ich persönlich, nicht auf dem Schirm gehabt. Aber es ist egal, er hat von dort halt eine fette rote Kerze nach unten gestellt, ne. Und wir haben auch bei uns im Verteiler da gleich geschrieben, das ist jetzt die erste rote Kerze. Aber da muss halt auch mehr passieren. Nur die alleine, die hat dort nicht gereicht. Dazu war der, war untergeordnet noch zu sehr im Trend. Und das hat er aber gebrochen gekriegt. Das heißt, er ist so gesehen, wie er jetzt steht, nach unten durchaus frei am Freitag. Er kann hier weiter fallen. Das heißt, wir brauchen den DAX zum Freitag eigentlich konstant unter 600. Und dann kann er, dann kann er weiter treiben. Dann kann er nochmal probieren, das tief zu erreichen bei 4,60. Er kann nochmal hier diese 5,30, 5,20 anlaufen. Und wenn er unter 4,60 sogar rausgeht, dann sind auch 4,20 interessant. 4,20, 4,25. Da liegt so etwa das 1,60er Tracement dieser kompletten Aufwärtsbewegung. Das wäre dann auskonsolidiert dort. Und tiefer halt noch die 3,50 wäre auch interessant. Das heißt, wenn der Freitag nach unten arbeitet, dann arbeitet er nach unten. Aus dem Tagesschart kommen wir gleich rein. Gibt er auch unten noch Raum. Aber er muss unter den Kerzen tiefer arbeiten. Er muss drunter. Das haben wir jetzt zum Donnerstag schon mal gesehen. Wir haben weitere Tiefs gekriegt. Das ist wichtig. Wir sind aus dem Channel raus. Wir haben versucht, wieder reinzukommen. Es ist nicht gelungen. Das heißt, per se hat er jetzt durchaus Raum unten, sich zum Freitag entfalten. Aber wir kennen alle die letzten Freitage. Wir wissen, wie die alle gelaufen sind. Und wir wissen, dass der DAX vorzugsweise zum Freitag eher probiert, wieder was gut zu machen. Das heißt, sollte der über 600 arbeiten zum Freitag. Sollte der auch über 6,40 arbeiten zum Freitag. Dann gehe ich davon aus, dass der sich mit jedem Stück, was er dann aufmacht, wieder weiter hoch arbeitet. Und das wird dann wahrscheinlich schon Richtung 37 gehen und kann sogar auch schon 7,80, 800 zum Freitag erreichen, wenn er von Beginn an nach oben arbeitet. Bleibt er hier unten zur Seite, wäre das dann ein Anzeichen, dass er Montag weitermacht. Das heißt, gehen wir hier oben drüber, 600, 640, durchaus Long Chancen, Richtung 37, Richtung 800, Richtung 87. Bleibt er hier seitwärts, wäre das eher negativ zu werten für den Montag. Und geht er tiefer, arbeitet er sich unten raus, geht er auch unter die 5,30, 5,10, die jetzt Unterstützung wird drunter. Dann ist hier noch ein bisschen was erreichbar. Und dann schalten wir mal auf den Target-Shot um. Und, Moment, da muss ich erst kurz was schieben. Ihr haut jetzt der Versatz in den Zeiteinheiten hin. Moment. So, dann werfen wir hier mal einen Blick drauf. Und wir sehen, wenn wir ganz tief reingehen, sehen wir, wir sind noch aus dem Band draußen. Und das hat er die letzten Male nicht geschafft. Er ist jedes Mal, wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass der Dachs das schon ein paar Mal gemacht hat. Und wenn er am nächsten Tag direkt wieder nach oben zurückzieht und grüne Tageskerze reinstellt, dann wäre das eine Abbruchbedingung, dass er nicht weiter runter kann. Der hat zwar eine grüne Tageskerze gemacht, aber die ist ja vom Schluss deutlich tiefer als das, was wir gestern waren. Also jetzt nicht, was heißt deutlich, deutlich ist es übertrieben, es sind bloß 50 Punkte, aber der ist tiefer. Ja, das heißt, wenn der jetzt hier weiter, das Band, das fällt jetzt. Wenn der jetzt, das wird auf 15.600 fallen. Bleibt der unter dieser 15.600, ist er weiter aus dem Band, ist er weiter aus dem Band, hat er die Möglichkeit, Übertreibungsbewegung einzuleiten. Ja, und deswegen würde ich schon sagen, solange der hier ist, unten ein bisschen offen halten, ein bisschen aufpassen, ein bisschen das Risiko angucken, ne. Weil er einfach rutschen kann, er kann auch mal dann so einen langen Tag einfach zwischenschieben, ne. Oder mal ein schönes Gap reinstellen, was er dann offen lässt. Also da würde ich wirklich aufpassen, insbesondere wenn eben jetzt auch das Tief da noch fällt, ne, wenn er weiter arbeitet. Der hat hier Freiraum, ne, der hat hier auf jeden Fall Freiraum. Wir haben darüber gesprochen, dass die 15.300 wichtig wird dann, ne, auf Tagesebene. Wir haben gesagt, dass die 15.050 wichtig wird auf Tagesebene und dann hier eben die 14.850. Das sind die drei Stationen, das bleibt gleich und wenn er jetzt aus dem Band bleibt, aus dem Band liegend, auch zum Freitag, würde ich zum Montag von weiteren Fallenden Notierungen ausgehen. Ne, ich bräuchte ihn jetzt, sieht man ja hier so ähnlich, aber da war er im Band wieder drin. Ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es ihm zum Freitag ein bisschen vielleicht schwerer fällt sogar. Aber wenn er jetzt dann wieder eine Kerze im Band nach oben stellt, ähnlich wie das hier war, ich glaube, dann ist das auch ab. Dann ist es gegessen. Dann ist es erledigt und dann zieht er hier wieder hoch, ja. Dann ist das, dann ist das Ding vorbei, erledigt und, äh, Thema erledigt. Ne, aber wenn er jetzt aus dem Band hier draus bleibt, aus dem Band heißt immer, äh, außerhalb des Normbereichs, ne. Die Bollinger-Bänder markieren ja eine Normalverteilung. So, und wenn er aus dem Normalbereich raus ist, heißt das, er kann übertreiben. Und dann kann er, kann er frei entscheiden, wie lange er die Kerzen zieht. Er kann beschleunigen, er kann ein, zwei Tage seitwärts stehen bleiben, dann weiter beschleunigen, ähm, Gaps offen lassen. Mit sowas muss man jetzt rechnen. Mit sowas muss man hier unten auf der Unterseite einfach rechnen, wenn er da weiter arbeitet. Ja, also von daher können wir aus dem Tagesshot mitnehmen. Er hat hier eine Unterstützung angelaufen, schön und gut. Gut, er hat eine grüne Kerze gestellt, aber er ist aus dem Band draußen. Das lässt ihm Raum, auch hier rote Kerzen daneben zu stellen. Ja, also solange per Tagesschluss da unter 600 bleibt. Okay, und in diesem Sinne bestätigt das eigentlich das, was wir hier mitgenommen haben und können damit alles so lassen, wie wir es gerade besprochen haben. Wichtig wäre mir, Abbruchbedingungen oben, aber haben wir ja drüber gesprochen. 600, 640, alles was drüber geht, 670, kriegt dann eher Tendenz Richtung 7, 7, 15.780, 15.800, ne. Ja, und von daher können wir uns dabei belassen. Ja, können wir uns dabei belassen. Bleibt alles so, hat alles so seine Gültigkeit und wie gesagt, wir sind aus dem Channel draußen. Also er hat hier jetzt ein politisches Muster, wo er sich gerade schwer tut, das zu verteidigen. Der Tagesshot hängt doch raus. Also er hat schon Möglichkeiten unten ein bisschen Bambule zu machen einfach halt, ne. Und er muss nur nutzen. Schöne Kerzen vorgeben, ein bisschen Druck reinbringen, dann schafft er das. Dann schafft er das. Ja. Wenn er jetzt nur nach oben arbeitet, dann wird das nichts. Ja, wenn er jetzt früh gleich über 600 zieht, über 640 zieht, über 670 zieht, ne. Dann braucht man nicht mehr einen Plan zu 3,50 am Freitag. Da muss man dann auch nicht unbedingt der Größte sein, der dann dagegen sich stellt halt, ne. Dann vielleicht lieber noch bis zum Montag reinwarten. Aber ich, der muss draußen bleiben jetzt. Der muss, der, wenn der das wieder macht und wieder im Band hier im Tagesshot wieder reingeht, das, dann ziehen sie bloß wieder hoch. Das ist, das ist zu viel, ähm, was man den Bullen dann, dann, das macht, macht man nicht, wenn man den tief haben will. Ja, das, 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 das gibt denen zu viel Kraft hochzu. Ja, von daher muss er draußen bleiben. Bleibt er draußen, haben wir unten noch Chancen, sobald er wieder reingeht. Sollte man vielleicht drüber nachdenken, gegebenenfalls aufgebaute Short-Position vielleicht auch ein bisschen zu reduzieren. Aber das gucken wir uns dann morgen an, wenn es so weit ist, na. Wie genau und wo und, äh, auf welche Marken wir dann gucken. Ja, ich lasse euch zuerst mal rein. Ja, ich finde ihn, ich finde ihn ganz, ganz gut. Ich meine, er hat jetzt zum Donnerstag nicht so schön mitgespielt, das muss man schon sagen. Das hätte er auch anders machen können. Ja, das ist unten ein bisschen überraschend auf der 6, auf der 4,60 gewesen. Ähm. Ist oben an der Kurs vor der 700, bisschen zu früh. Also, mhm, ist jetzt nicht so ganz so optimal gelaufen, der Donnerstag nicht ganz so hübsch. Er hätte auch zum Vormittag gedacht, dass das wieder runterdreht, halt deutlicher. Ja, aber ist egal. Der Tag ist durch, wir gucken jetzt auf den Freitag. Und der kann in eine Richtung bis Tagesende letztendlich durchlaufen. Der hat alle Möglichkeiten, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Kann bis zur letzten Minute, kann er das durchziehen, was er am Freitag anfängt. Und das können wir als Schlusswort nehmen. Ah, das bleibt dann im Kopf. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Kollegen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.